ARD Text im Auftrag von Funk Guten Tag Basti, guten Tag! Oskar Did Ist der Typ im Boot oder was? Jezu, den Gano vorne Einer ist im C-Haus oben Einer kommt hier vor uns Dann ein 60er Die Impact, ey Das ist so traurig Sniper oben, dann ist down Wieder Medic müssen, wieder Buddy und Headshot gibt's Da wollte echt noch ein Gano in dem Boot drin Hinten Der Richtung Festung geschaut hat Na schön campen wir dich Die Leute, die in diesem Spiel alle für ein God-Aim haben einfach, ne? Das ist halt so krank Nein, der hat aber mich drauf geflickt hat Es ist halt auch nicht schwer in dem Spiel, weil's zu casual freundlich ist, God-Aim zu haben Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, ey Das ist so ein Spielbrot Lol, die Automatik und Eike Hat richtig gut gefällt Von überall nur auf die Fresse, wir kommen Ich bin so krank Egal wo ich hinlaufe, ich krieg einfach von überall Hits Richtig geiler Stau Gleich wieder anfangen zu heulen, Basti Ne Doch Ich glaub wirklich, dass ich nach dem ab Ähm, nach dem DLC So nach ne Woche oder zwei Aufhören wird zu spielen Ne Weile Mach mal links Ich hab's 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 Mal gucken wie die Waffen werden Also die Frage ist ja nicht eher rhetorisch, weil die werden total gut Wir werden total gut Wir haben die Schriftgeber auf der Hauptbahnhof Oh, da war der Möse Hm, da ist auch ein GG Wahrscheinlich Jo, man geht in den Haltsam rum mit weeklys macht noch Nein, wird gleich hier wahrscheinlich wieder von 4 Seiten beschossen, eigentlich Richtung B-Push. Spunnet, hier links jetzt, am Ufer. Oh! Oh Gott! Können doch weniger Leute sein? Oh, da liegen bestimmt noch ein paar rum. Ah, hier. Ja. Da liegt noch einer. Ready für den Spawn hinter uns. Ne, durfte noch vor uns spawnen. Der suppress mich instant so hart, dass ich nichts mehr machen kann. Oh, die Oberweite drückt mir. Tobbeck, you're a fucking cheater. Oh, der war nicht am Leben. Der Typ mit seiner MP18, alter. Das Ban. Band mich! Los! Gib mir! Nix, dddddd. Auf C, auf dem Dach liegen einfach 2, 2 bei MGs. Da aus, alter. Hä? Oh, da! The fuck! Da, ja. Ich peek! Ja. Ah, das ist kein 2 bei MGs. Das war das... Da ist ein Stationier. Da ist ein Stationier. Hm, hm. Friedrichskid suchen. Friedrichskid nicht finden. Friedrichskid gefunden. Friedrich reviven. Basti, glaube ich, hier reviven. Nee. Das war der random. Okay. An... Reicht's nicht mehr. An den würde ich ja nicht kid switchen. Ähm. Ja. Kick mal den random raus, dann Medic. Ist ja kacke. Der hat den jetzt schon 3 oder 4 mal über meine Leiche drüber gelaufen. Oh. Alter, immer genauer in der Richtung. Ich hab' den Tauwertig betötet. You aren't much smart. Man sollte nichts machen gerade. Das Team ist so inkompetent. Ja. Natürlich werde ich gesnipen. Hier fünf Leute, wenn wir... ... über's... ... über's Meer. Ja.. ... über... ... der Fluss. Ja, mehr oder weniger. Ja, ok. Mehr oder weniger... G, G... da ist noch einer oben natürlich natürlich ich komme schon in den Diffen glaube ich ja haben sie jetzt einen ach ja ja ich gehe nach B ja wenn ich rüber komme hinten aber was habt ihr 2 Stück ne 4 holy fuck sind das viele 5 oh mein Gott das ist ein Gegner das ist ein paar das ist ein paar die 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 What a team, I'm amazed. Irgendwann halten wir drei Flaggen. Frage ist wie lang? Wir könnten halt dann am Ende die Himmacht bekommen und dann... Ja, er neifte mich. Und dann gewinnen. Und dann gewinnen, ja. So wie die letzte Runde. Ich stand einfach zwischen zwei Teammates, die haben es nicht geschmolten. Und ich gekneit mich. Wow. Ja, ich habe gerade auch nicht mehr viel, wenn ich da mitten auf C rumrenne, in dem Chaos. In dem Haus war gar nicht so ein Chaos, da stand halt nur dieser eine Typ drin. Und ich habe auch auf dem geschossen, der hat mich halt schnell mit seinem Knife getötet, als ich ihn schießen konnte. Ich bin alleine auf der Festung gepusht, habe für sechs Leute oder sowas gekillt. Und es waren auch immer noch Gegner da. Ja. Schon geil. Ich bin vorhin halt auf der Festung campen. Ja schon, aber so tief schafft es ja trotzdem nicht die Flaggen außerhalb zu campen. Ja schon. Durch Frederik den Typen geertshuttet. Durch Frederiks Kopf. Den anderen Kopf gehiziegt. Oh Gott. Oh Gott. Das Pfeil blockt mich. Das Pfeil blockt mich. Geh, fucking geh. Und jetzt. Bei mir. Und jetzt. Ja bis nach G werden wir dem Team nicht kommen, das ist vergessen. Wenn die feste kommen, kommen die immer von hinten dann. Wie gerade reingeht? Ja ich weiß nicht, also das Team ist halt echt nicht gut, aber das Gegnerteam ist wirklich auch nicht. Die machen halt irgendwie so ne YOLO reineren Taktik wieder. Den schlimmsten meinst du? Ah ne, schlimmer finde ich echt dieser Kimplop, weil du einfach wieder killst und auf Punkte immer nur einzeln leiden und kriegst einfach nur auf die Fresse hin. Warum kommt da hinter mir ein Pferd? Auf C jetzt drauf, kommt jetzt Richtung B. Warte mal, der nächste Headshot. Na auf den nächsten Typen. Ist down. Nice kippe. Reload, what the fuck? Oh mein Gott. Wie viele Leute hier auf B sind. Wieso ist das Bombe auf Frederic, Alter? Wieso durfte ich das machen? Ne, Frederic. Oh mein Gott. Ich überleb das auch nicht da weg. Da sind so viele Leute auf B. Natürlich liegt da ein Sniper. Am Spann. Da sind Flammenwehr auf 4. Ich kann vertreiben sie's. Ich spawn auf C. Fast spawnen lieber, wenn du da hin willst. Ja, nur wir verlieren C. Fuck off, Flammenwerfer zumindest bekommen. Team hat's aber geschafft, die zu kippen. Wo ist der Typ? Ach der sitzt da. Oh mein Gott. Oben, oben, oben. Loil, Alter, das hab ich nicht geschnallt. Da kommt einer rein, da kommt einer rein. Oh mein Gott. Geh, 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 Geh. Loil, EG, Geh, 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 Geh. Oben schon. Wird immer noch schlimmer. Die da liegen aber auch nur auf Boden überall, fuck, hier liegt der nächste. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte sag mir, dass du keinen Nate mehr hast, bitte sag mir, dass du keinen Nate mehr hast, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hat der noch eine? Da, irgendwie, 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 alles gerechnet. Der hat noch irgendwie 40. Der liegt hinter dir. Wollt ihr dich gerade machen? Oh, Joli. Warum kommen da jetzt wieder ein ganzes Team? Die spawnen halt da hinten. Ich muss nachladen. Nein! Ah. Aber es geht ab, diese Runde. Wo bist du gerade, Frederic? Hinter B sozusagen. Ja, was wird gepusht? Attack plane A. Okay, hinzu. Oh, komm mal, komm mal. Ja, Team mitkriegt mich, glaube ich. Ah ne, das ist da doch. Ah, das bist du okay. Bleib mal liegen, was du? Ich weiß nicht. Kommt bestimmt gleich wieder der Attack plane. Aber es ist nebelig. Ich bin nicht gespottet, oder sollte zumindest nicht gespottet sein. Spotting Flares. Ja. Ja, das kannst du ja aus der Luft nicht so gut drauf anfliegen, ob du Spotting Flares. Naja. Ach komm, Team mit, hol den halt. Der hat 20 HP, nur schießt den ganzen ganzen Automatikum, als die nehmen wir vorbei. Der Medik hat einen 98er und F-Storm. Joll, die Impact hat ihm halt echt noch zwei Schaden gegeben. Wir sollten nicht zur Festung pushen. Das geht schief. Ich will den Sniper ja außen haben. Habe ich. Hauptsache, nicht auf die Festung pushen. Ich glaube, wir haben so schön genug Probleme, irgendwie bei Flaggen zu halten mit dem Team. Ja. Hör halt an, die bewegen sie jetzt auch nicht. Die campen die immer noch auf C. Das finde ich aber gut. Das heißt, dass wir wenigstens C in der Mitte halten. So wenigstens. Dann können wir den Rest campen. Ja, stimmt natürlich. Wäre jetzt natürlich noch idealer, wenn die C halten würden und ne Flagge campen geben würden. Ja. Aber... Multitasking. Das ist ein bisschen viel erwartet. Ja. Ich muss das immer jetzt nicht richtig treiben, dass ich schieße, nachdem ihr liegt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das Färtsch. Lanschöp. Der wurde geweckt, Frederik. Hm. Lanschöp wird ihn gleich geweckt. Na, das Lanschöp-Push nicht, das kennt man. Na, und nur so schlimm. Ach, ne Bar-Trench. Warum sitzt du schon hier? Hä? Hiss mir! Oh, fuck. Sorry, da war ich noch am Aufstehen. Jo, passt. G, fucking G. Noch am Sonnen. Kommt noch einer. Ähm. Ähm. Wohin? Zurück nach B. Äh. Was zum Fick war das jetzt gerade? Ich hab dreimal Blutsprit zu drehen mit meinem Revolver. Hab aber nie Hitmarker bekommen. Der Fick? Das capten wir halt die Festung. Ja. Deswegen verliehen wir halt den Rest. Ja, wobei wir capten nur eh. Fuck, ich hab vier Schuss. Für B. Das geht nicht. Ich hab acht. Weil hinten hab ich den anderen Typen gedriffelt. Good luck is fun. Na ja, ich trau mich. Lol, das war Headshot. No comments. Was war das? Ich nehm als Erster. Der hat auch jetzt... Medic! Nein! Nein! Get off me, Mates! Nein, oh mein Gott! Oh mein Gott! Frederic, der... Die Fernheilung! Wow, hat er kassiert. Ich mörsert eine. Die Junge, du bist... Er ist weggegangen von Mörser. Ah, da ist er. Umher, du ist Grace. Schnell, 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 bevor sie sich ankellen. Ah, wir haben sie. Wir halten sie gerade. What? Ich hab mir noch ne Flare geben sollen vorher. Ich hab keine... Ah, hier ist ein grosser Ammo-Kid, brauche ich nicht warten, bis ich ne Flare habe. Das dauert Jahre. Das wird man knapp verlieren. Zum Schluss. Meinst du? Ja. Wenn wir ein bisschen Glück haben... Äh. Oh. Was sag ich da? Ja, wir verlieren sogar C, weil hier ist Landship... Ah, ist... Was ist hier? Landship Low. Ah, okay. Neh, neh, neh. Ah, jetzt ist der Nebel, wie es da sieht man wie es leute. Hier liegt der Tank-Sniper! Was? What? Das war interessant. Weil ich... Ich peek so... Und er drückt ab. Er hätte mich so töten müssen, einfach. Ja, wenn du keinen Aim hast, dann hilft dir auch der Tank-Sniper nichts. Ja. Holy shit, ey, das hat mich jetzt gescaret. Weiß nicht... 90 oder medics. Die haben wenigstens... Die haben wenigstens der akzeptable D-Spawn, sonst bohne ich immer da oben links, wie wir es waren. Hallo. Der Typ da vorne in dem Jeep ist erstmal gerade zurück aufs Weg geklettert, als ich ihn eingeschossen habe. Und zurück nach C. Ja. Im Haus, da ist ein Sniper. Ich guck schon hin. Hat Glow, der Sniper, der da rennt. Mal ein bisschen in so eine Richtung einfach spänken. Der Medic. Im Haus ist auch ein Medic Glow, hab ich. Im Haus hinten den Support, in dem linken. Wut? Komm schon. Links, ganz links steht ein Support, Frederik. Tschüss auf mich. Habt den. Lol. Noch hinter mir irgendwo. Oh, oben auf die ist jetzt ein Avidang. Den hab ich gut reingepflegt. In den Ruinen, da sind zwei mal nix. Oh my god. Wir haben einfach voll auf die draufscheißen, ey. Get shit on, die ganzen Gegend. Nein. Warte. Nein, nein, vielleicht hab ich Glück. Ok, komm, zu dir. Nein, nein. Hold on. Juli, kick, plas. Instant auf. 3 HP, alter. Alter, ich hab nicht mehr gegeben. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott hier. Bein. Was? Oh Gott was ist das vom Scope? Kackt auf den Und nach dem würde ich sagen Da oben ist ein Heavy Tank Der ist down Der ist down Der ist down Gut dass die Kills in dem Spiel jetzt zählen Ja Und sonst wird man das niemals holen Der Tank hat Low Neues Du setzt da gar keinen Ein Mettkick Das fährt er Achtung Gas Ja Ja der Typ mit dem Metzen Also er hutscht auf mich und gibt mir noch Ja ist halt Trench Hipfire only Sidecam Sniper Happy Oh guck mal ein Pferd Ja kommt bei dir ist wieder Sturm Oder bei wem auch immer Ja wahrscheinlich ich weil ich hörs nicht Ja Ja da kommt Äh Hat der da sein Mörser Achso ne der Mörser ist wieder hinter Oh Gott Fuck Mörser hat mich Direchte Mörser Oh Gott Heißt das der macht 100 Schaden Ne Artillerietrack ist da auch noch der draufspam 88 54 so was ist das aus dem Artillerietrack Oh mein Gott In Richtung G Ja das ist halt der Artillerietrack Der wird euch ziemlich weg Ne der wird glaube ich gerät grad Ne 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 Schrape ihn grad mit der Feelgun Der Teammate Mörserding grad kaputt Ja Er hat nur noch äh 40 jetzt halt oder Ja 47 wieder was Ist down Wow auf G unten Scheiße Happy Nein Nein Puh Boah das NG5 Suppressor ist einfach behindert Akkurat irgendwie In den Händen von Gegnern Oh mein Gott Was? Voll on point Ey Na ich darf auch Extrem gut Sniper Natürlich geh ich erstmal auf den Medic Ja erst Medic Dann Sniper Ne andersrum zur Kills Farmen Oh mein Gott Ja Mich wenn ein knappes Game ist Ja immer Basti Weiß nicht was du willst Bomber Da ist noch einer low Ist doch Also ich persönlich Fürs wichtiger zu gewinnen Wie Kills zu formen Ich find beides wichtig Hinter mir Im Wasser Mensch wie ein Pilot Pferd Pferd hat mich Der liegt ganz links außen Ganz links außen Oder ist noch ein Pferd Ja Oh mein Gott Da sind wieder drei Leute Ja das Pferd hat mich Da gibt es schon wieder einen Header Brückenfuck Alter Im vollen Rennen Da gibt es immer einfach Instant Header Enemy Drap now Ich weiß nicht ob ich möglich bin Wahrscheinlich ähnlich Wollte aber Ich fand es wohl gesniped Da wurde es von der gleichen Gang gekillt Die du spielst Hier Cavalry hat 60er Hit von mir Aus Gründen Thank you Oh 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 Ähm Bist du komplett oder? Ja ich bin fett Schade Ja Ein Tank Irgendwie zum Spawn Oder so Ich weiß es nicht Mir kommt ein Landship vorgefahren Es war gerade einfach ein voll besetztes Boot Auf A ne Und es ist einfach niemand ausgespringen Obwohl ich jeden von ihnen getötet habe Wir haben einfach keinen Fick gegeben Dass sie beschossen werden Die Gegner haben wir jetzt ernsthaft mit Dreadmod Ja Warum? Wir haben so gut wie gewonnen Also Dreadmod dann tatsächlich mal irgendwas gemacht hat Ich hoffe man irgendwo besniped Wohin Wohin Geh mal zur Festung hoch noch Wohin Wohin Hab ihn das hier Es ist echt wohl, dass wir das gegen gewinnen Oh my god Der hat mich GG Der kommt zurück Der kommt zurück Oh lol Den hab ich gefehlt Ist so richtig dumm Ich hab 3 Hits Hab ich 14 Damage gemacht Auf dem fucking Sentry Mach nur mit einem 12 Totally balanced die Armor Sogar noch 1,5 Waffe Na ja und nicht noch sterben Nein, nein Puh Lief gut die Runde Lief gut die Runde Hubert Gameplay PL Wie wir sie halt echt noch richtig geraped haben Sind die Arme Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Game so hart noch gewinnen Und hoffen sie Tickets Fuck auch nicht ehrlich gesagt Also das Team war so schlecht zum Anfang Also das Team war so schlecht zum Anfang Ich weiß nicht, was die Flexi bin nicht okay War so schlimm mit